Hallihallo und Herzlich Willkommen zurück beim Let's Play von Champions of Rechnung. Ich bin gerade hier am Aushelfen. Wir müssen dieses Relikt in die Burg bringen, aber die Burg gehört den Syrten. Deshalb muss ich mal ein bisschen aushelfen. Da kommt irgendwer noch. Ikke kommt. Das ist nicht gut. Kann ich hier irgendwo runter? Natürlich nicht. Jaaa. Ich bin ja sehr rutscht, man. Hm. Ja. Sieht nicht so gut für uns aus. Es sind sehr wenige On von uns. Aber aushelfen kann ich ja. Auch wenn ich wahrscheinlich jetzt jeden Moment verrecke. Ich gehe lieber mal außen herum. Ich kann hier nicht schleichen. Muss man nicht brauchen. Ja, da ist ne Brücke. Ich bin sehr rutscht. Ich bin sehr rutscht. Ich bin sehr rutscht. Ich mache wahrscheinlich so wenig Damage. Ich bin sehr rutscht. Ah, wo ist sie? Ich bin so nah dran und es niemand zu sehen. Für mich kommt jetzt nicht einer von hinten. Ich fühle mich ein bisschen unsicher. Ich bin sehr rutscht. Aber ehm... Ach... Naja... Biss schwach... Echt ja. Wo sitze das Relikt hin? Das ist ja drin. Bin draussen, komme nicht rein. Steck mich jetzt lieber mal hinter den... Steck da. Toll, da kommt schon der erste Söten. Tja, ich lass mich nicht von dicht hören. Gleift der Schwach an. Nein, er hat mich getötet. Ich wollte von den Wachen zerstören. Naja... Leveln wir ein bisschen. Ich bin ja nichts wert. Komm zu einem blöde... ...hier... 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 Ob es noch ein paar Magnetiten gibt. Nur kurz hier, bei der Schlucht. Ah, ich will ja leveln. Und es leckt schon wieder. Vorher hatte ich wirklich 10 Sekunden leckst und noch länger. Das war grauser. Ich konnte nicht anständig leveln. Ich wäre fast gestorben. Der Schlangenbist ist geradeaus. Hat dann gemerkt, dass er noch nicht so weit ist. Ist wieder zurück teleportiert. Ist geradeaus. Dann sah er, dass der Gegner schon nah bei mir war. Ging er wieder zurück. Das machte so einen Bogen und ging wie zurück. Das teleportiert er natürlich nicht. Okay, hier ist wahrscheinlich nichts. So, und heute gebe ich mein Herz hier zurück. Egal was passiert. Und kaufe mir ein neues. Ups. Ich gebe euch einen Tipp. Egal wie günstig Pearl ist. Kauft nie bei Pearl ein. Alles was ich kaufte ist Schrock. Aber wirklich. Hat extreme Mangel und so. Kauft lieber Markenprodukte, die nicht so teuer sind. Aber wenigstens etwas versprechen. So, Headsets gibt es für 35 Euro Markenprodukte. Okay, ist nichts hier. Schade. Ich hätte es echt gedacht. Her kommt. To. Bin aber schnell im. Schade. Ist die Fahne schon wieder weg? Oder was? Sind da zu viele. Wo ist die Fahne? Wird die gar nie angezeigt. Ich dachte es wird angezeigt. Weis die Fahne. Fünf und drei. Schick. Die Süßtose. Wo ist die Süßtose? Wollen wir mal schauen, welche ist diese Dose, die ist irgendwie nicht nur eine Dose. Das ist eher ein Haus. Soll irgendwie eine Kiste sein. Ist das eine Dose? Sie sehen wie ein Stein aus. Soll sie verhosten die Dose? In Ackers punkten sich die Syrten voll. Die sind extrem überlegen, aber was machen sie? Sie haben mega Angst. Sie verkriechen sich in Ackers. Sie sind sauer. Sie sind sauer, verkriechen sich. Sie sind sauer. Sie sind sauer. Die meisten nerven sich. Die Abolik hat schon wieder Regenwertes rausgelassen. Oh, wieso spiel ich eigentlich noch Rechnung und so? Ja, spiel doch nicht mehr Rechnung, wenn du dich die ganze Zeit nervst. Das tut uns doch egal. Wenn wir die ganze Zeit ansterben. Oder einfach die Regenwertes verlieren. Alles mögliche. Wenn wir das Spiel verlassen haben. Das sind momentan eine Unterzahl, weil viele das Spiel verlassen haben. Das kann ich ganz klar zarten. Aber das heisst nicht, dass alle das Spiel verlassen müssen, weil sie da nicht mehr verlieren. Ich bin alle ein bisschen weich im Kopf. Jetzt droppt nichts. Hier hat es einen plattigen Pfeil gedroppt von einer Kiste. Ich hab von einem Drop vom Pfeil oder so. Und ein Weihnachtsbaum ist direkt in mir gespawnt. Er hat mich gerade noch ein bisschen nach oben teleportiert. Da kam ich 5 Fallschaden. Und einen schlechten Debuff. Jaa, was ist jetzt heute los? Käst dann kam. Ich ist sehr gut. Ich weiß nicht. Weit. Den Bock, hä? Den Bock zu kommen. Nichts. Gar nichts. Die sollten eigentlich gut dropen. Wurde mir gesagt. Aber wo? Wo? Wenigstens levele ich? Ich hab ungefähr von hier bis hier gelevelt ohne Quests. Das geht noch relativ schnell. Vielleicht brauche ich bald doch noch ein paar Erfahrungs-Crawls. Wieso gehen immer beide auf uns? Ich versteh's nicht. Ich weiß nicht. Wir sind immer alle... äh... die Auf uns. ich versteh es nicht okay so das kann ich auch verstehen wir haben ihre legt aber wir haben unsere legt das gar nicht meinen sie bekommen gestraft davon weil es einfach postes sind und immer die angriffen müssen die sich nicht wehren können so richtige helden gibt es schon lange nicht wenn es in regnung da müsste ich ja gefeiert werden weil ich dann etwas machen werde aber ja die helft niemand niemand ist ja die lex heute ist wirklich schlimm aber momentan ist gerade ein bisschen besser ich brauche doch keinen greifen schnabel und hier habe ich die eier gestohlen sie greifen schnabel bekommen 50 habe ich schon ja und wo bleibt der loot der anständige loot schon wieder die eier ausgerissen so